Muskelaufbau. Wie kann man testen, ob die Trainingsmethode, die man gerade absolviert, dauerhaft für den Muskelaufbau geeignet ist? Spannende Frage und diese spannende Frage habe ich schon sehr oft gestellt bekommen und heute gibt es für euch die Antwort dafür. Ja, nicht jeder hat zu Hause eine medizinische Körperverhaltenanalysewaage, die genau auswerten kann, wie viel Muskelmasse, Wassermasse, Fettmasse man hat und somit fällt es manchen sehr schwer zu beurteilen, ob das, was sie gerade machen in Form von Krafttraining, tatsächlich langfristig für den Muskelaufbau geeignet ist. Und jetzt gibt es natürlich einen Parameter, den kann man heranziehen, um zu prüfen, ob der Muskelaufbau dauerhaft funktioniert. So, spannende Sache, keiner. Und 30% meiner Coaches sind im Muskelaufbau. Und diese 30% der Coaches, die haben ja nicht immer die direkte Verbindung zu mir. Das heißt, die haben schon eine direkte Verbindung in Form von Feedback-Tag und unter der Woche haben wir Kontakt per Sprachnachrichten. Nur, wie kann ich auf Distanz als Performance-Coach überprüfen, ob bei denen der Muskelaufbau funktioniert? Jo, und das klären wir heute. Das klären wir heute. Und da haue ich jetzt direkt noch einmal einen Begriff raus. Und dieser Begriff heißt gesamtgehobene Last. Ja. Freunde, mit der gesamtgehobenen Last ist es uns möglich, zu überprüfen, ob der wichtigste Parameter für den Muskelaufbau funktioniert. Denn der wichtigste Parameter für den Muskelaufbau ist, dass der Reiz, der an der schnell zuckenden weißen Muskelfaser entsteht, dass der so hoch ist und immer wieder erhöht wird, sodass der Körper auch einen Sinn sieht, die wertvollsten Hormone, die wir haben, und zwar Wachstumshormone zu bilden als Schutzmechanismus. Sind die Reize, die an der Muskelfaser entstehen, ständig gleich, dann fragt sich natürlich unser Organismus, warum, verdammt nochmal, sollte ich eine dickere Muskelfaser produzieren, wenn die Reize ständig gleich sind? Ich brauche doch gar keine dickere Muskelfaser, denn die Beanspruchung ist doch immer die gleiche. Und da kommt jetzt der Begriff gesamtgehobene Last ins Spiel. Das ist ein Parameter, wo man überprüfen kann, ob Reize, die am Muskel abgeliefert werden, ob die auch ständig gesteigert werden können. Und der maximale Reiz für den Muskelaufbau ist immer der Belastungsreiz. Das heißt, dass man es schafft, die Belastungsgewichte immer wieder zu erhöhen. Das ist das Maximum bzw. das ist Nummer 1, wenn es um den Muskelaufbau geht. Und jetzt haben wir das Thema gesamtgehoben Last. Und was versteht man unter gesamtgehoben Last? Unter gesamtgehoben Last versteht man Folgendes. Also wir gehen jetzt mal davon aus, du machst gerade einen Zweiersplitt für den Muskelaufbau. Tag 1 und 2 ist eine Mischung zwischen Hypertrophie, Muskelaufbau und Maximalkraft. Tag 3 bis 4 ist reine Hypertrophie, ist abhängig von der Wiederholungszahl. Wir gehen jetzt mal in Tag 1 und 2 rein und da haben wir zum Beispiel am ersten Tag haben wir die Kniebeuge, schulterweiten Stand und wir haben als zweite Übung die Sumo-Kniebeuge. So, jetzt passt auf. Und zwar sind wir hier eine Mischung aus Hypertrophie und Maximalkraft. Also gehen wir in den ersten Satz rein und der erste Satz hat zum Beispiel 8 Wiederholungen. So, und jetzt macht ihr den ersten Qualitätssatz, 8 Wiederholungen mit 100 Kilo. Also rechnet ihr 8 mal 100 sind natürlich 800 Kilo. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz sind dann die sechs Wiederholungen, die sechs Wiederholungen mit 120 Kilo. Also haben wir dabei 720 Kilo erreicht. Wenn wir sechsmal die 120 Kilo heben, sind es insgesamt 720 Kilo. So, und jetzt kommt noch ein Satz, der findet rein in der Hypertrophie statt. Das sind die vier Wiederholungen. Und die vier Wiederholungen schaffst du mit 140 Kilo. Also sind das 4 mal 100 sind 400, 4 mal 4 sind 160, dann sind es 560 Kilo. Jetzt haben wir 800 plus 700 plus 560 Kilo. Das ergibt dann unterm Strich sind 2060 Kilo. So, jetzt haben wir bei der ersten Übung 2060 Kilo gebeugt. Das ist die gesamtgehobene Last für die Kniebeuge im Schulterweitenstand. Jetzt kommt die zweite Übung. Die zweite Übung ist die Sumo-Kniebeuge. Und bei der Sumo-Kniebeuge, da ihr den zweiten Satz macht, ist die Gesamtbelastung nicht ganz so hoch. Dies bedeutet, ihr habt den ersten Satz mit acht Wiederholungen, macht ihr mit 80 Kilo. So, mit 8 mal 8 sind 640 Kilo. Dann haben wir den zweiten Satz mit sechs Wiederholungen, machen wir mit 100 Kilo. 6 mal 100 sind 600 Kilo. Und dann haben wir den letzten Satz, der rein in der Maximalkraft stattfindet. Und da beugt ihr die 130 Kilo. Somit 4 mal 130 sind 400, 4 mal 3 sind 520. So, jetzt haben wir bei der zweiten Variante, bei der Sumo-Kniebeuge, haben wir dann insgesamt 612 und 5 sind 1760 Kilo. So, jetzt habt ihr einmal bei der Kniebeuge 2060 Kilo in der Gesamtgehobene Last gebeugt. Dann habt ihr bei der Sumo-Kniebeuge 1760 Kilo Gesamtlast gebeugt. Und so rechnet ihr das Ganze bei allen Übungen aus. Also beim Bankdrücken, beim Kreuzzeh, beim vorgebeugten Rudern, beim Military Press, bei allen Übungen, die ihr habt, pro Trainingstag, rechnet ihr aus, wie viel Last habt ihr im konzentrischen Bereich gehoben. So, und dann ergibt es zum Beispiel in der Woche 1, am Tag 1, ergibt es 9760 Kilo. So, jetzt habt ihr ja nächste Woche zum Beispiel auch wieder montags den Trainingstag 1. Jetzt schreibt ihr euch da auch die Lasten auf und dann stellt ihr fest, okay, da waren es dann 9920 Kilo. Wieder eine Woche später am gleichen Tag, montags, schreibt das wieder auf und da sind es auf einmal 10.140 Kilo. Und so seht ihr anhand der Gesamtgehobene Last, ob ihr ständig neue Reize produziert. Ein Trainingsplan geht in der Regel zwischen 12 und zwischen 16 Wochen, manche Trainingspläne sogar bis zu 20 Wochen, je nachdem wie häufig jemand trainiert und je nachdem, ob dieser Parameter noch funktioniert. Wenn ihr jetzt das bei jedem Training macht, also Trainingstag 1, zum Beispiel Montag, Trainingstag 2, Dienstag, Trainingstag 3, Donnerstags, Trainingstag 4, Freitags. So, und jetzt geht ihr her und vergleicht wöchentlich die gesamtgehobene Last. Und dann passiert Folgendes. In der Woche 9 zum Beispiel ist es nicht mehr steigerbar. In der Woche 10 minimale Steigerung. In der Woche 11 minimale Steigerung. Dann seid ihr drei Wochen auf einem sogenannten Plateau. Das muss jetzt zwangsläufig nicht bedeuten, dass wir diese Trainingsmethode sofort beenden müssen, sondern erstmal das Reflektieren. Bin ich momentan erschöpft? Ist mein zentrales Nervensystem erschöpft? Bin ich momentan müde? Bin ich momentan ausgepowert, weil ich vielleicht einen palen Infektkappen leichten, weil ich leicht erkältet bin, weil ich bei der Arbeit viel Stress habe oder im privaten Bereich gerade eine emotionale Herausforderung habe, sodass mein Gehirn nicht leistungsfähig ist. Denn das Gehirn ist dafür zuständig, wie viele Muskelfaserbüttel angesteuert werden. Also habe ich einen Rückschluss drauf. Ich habe ein Biofeedback. Und jetzt gucke ich rein und sehe die gesamten Erhoben Lasten. Ist seit drei Wochen ähnlich? Wow. Ich lege jetzt mal eine fünftägige Pause sein. Fünf Tage Trainingspause, null Training mit einem guten Gewissen und mit dem Hintergrundwissen, dass man weiß, okay, diese Trainingspause ist wichtig für mein weiteres Weiterkommen. So, jetzt haben wir die fünf Tage Trainingspause gemacht und gehen dann her und machen das nächste Training. Und dann in den ersten ein, zwei Trainingseinheiten kann es sein, dass du gesamtgehoben Last wieder ein bisschen niedriger, sind wieder vor, weil wir natürlich fünf Tage Pause gemacht haben. Auf einmal in der 13. Woche steigern wir uns wieder. Wir haben auf einmal wieder eine erhöhte Gesamtgehoben Last im Verhältnis zur 11. Woche oder zur 10. Woche. Dann in Woche 14 nochmal. Wir trainieren wieder, rechnen die Gesamtgehoben Last aus und stellen wieder fest. Wow, wieder eine Steigerung. Dann lag es daran, dass wir eine bewusste Pause benötigt haben. Das kann vorkommen. In der Regel kann man das über sein Biofeedback regeln oder in diesem Falle auch mal über die Gesamtgehoben Last. Das wäre jetzt Szenario 1. Szenario 2 wäre, nach dieser Pause von fünf Tagen fängt man an zu trainieren und die Gesamtgehoben Last steigert sich nicht mehr. Auch in der 12. und der 13. und der 14. Woche. Dann haben wir das Feedback, dass wir bei dieser Trainingsmethode momentan auf einem Plateau sind und nicht mehr weiterkommen. Was könnte man jetzt hier tun? Hier könnte man sagen, okay, jetzt machen wir ein sogenanntes Maximalkrafttraining. Wir gehen raus aus der Hypertrophie oder eine Mischung aus Maximalkraft und Hypertrophie und gehen mal rein in die reine Maximalkraft, ins reine Maximalkrafttraining und absolvieren vier bis sechs Wochen ein reines Maximalkrafttraining, rechnen hier natürlich auch wieder Gesamtgehoben Last, stellen fest, wow, im Maximalkrafttrainingbereich schaffe ich es wieder, meine Gesamtgehoben Last zu steigern. Nach sechs Wochen gehen wir raus aus diesem Training, aus der Maximalkraft und gehen wieder rein in die Hypertrophie, machen wieder eine Trainingsmethode, vielleicht auch die gleiche, was wir vor der Maximalkraft gemacht haben, schreiben uns wieder die Maximalkehoben Last auf und stellen fest, wow, es geht wieder vorwärts. Bedingt durch das Maximalkrafttraining, was wir vorgeschaltet haben. Und somit habt ihr mit diesen Parameter der maximal gehobenen Last, habt ihr einen eindeutigen Indikator, ob das, was ihr tut, auch zum Muskelaufbau führt. Denn wenn die Gesamtgehobene Last stagniert, ihr nicht mehr weiterkommt, dann werdet ihr dauerhaft mit dieser Art von Training keinen größeren Muskel aufbauen. So, zum Abschluss gilt es noch Folgendes zu klären. Wenn natürlich das Schlafverhalten nicht gut ist, dass man zu wenig schläft. Wenn man einen zu hohen Stressfaktor hat, das heißt ständig zu hohle Stresshormone Cortisol, ständig gestresst ist, sodass man gar keinen Fokus hat aufs Training, dass man sich nicht konzentrieren kann. Bedingt durch den schlechten Schlaf eine zu geringe Regenerationsphase hat. Wenn bedingt durch einen hohen Stresshormonwert Cortisol, das männliche Hormon Testosteron erdrückt wird, wenn dazu kommt, dass das Ernährungsverhalten nicht gut ist, dass zu wenig Proteine zugeführt werden, dass die Gesamtkalorienzufuhr nicht stimmt, dass die Qualität des Essens nicht funktioniert, dann nützt es nichts, sich über die Gesamtgehobene Last Gedanken zu machen. Also, nochmal Freunde, die Gesamtgehobene Last ist ein hervorragender Parameter, um zu überprüfen, ob das Trainingssystem, was man gerade verfolgt, dauerhaft von Muskulaufbau geeignet ist. Es müssen aber dafür die Parameter Schlaf muss funktionieren, es muss der Stressfaktor im Rahmen sein, es muss das Essverhalten im Rahmen sein. Wenn diese drei Parameter nicht funktionieren, dann wird auch die Gesamtgehobene Last dauerhaft nicht steigerbar sein. Das ist wichtig zu wissen. So, also wenn ihr diese drei Baustellen im Griff habt und dann die Gesamtgehobene Last heranzieht, um euer Training zu bewerten, dann ist das ein hervorragender Parameter, um zu wissen, yes, das, was ich da gerade tue, wird dauerhaft zum Muskulaufbau führen. So, Freunde, das waren die wichtigsten Informationen genau zu diesem Thema Gesamtgehobene Last. So, und jetzt seid ihr dran. Dazu braucht ihr natürlich einen Trainingslock, um entsprechend euer Training zu dokumentieren und das empfehle ich auch jedem, der im Muskelaufbau ist, dass er diesen Trainingslock, wenn es ihm wichtig ist, Muskeln aufzubauen, dass er genau diesen Trainingslock führt. Im Kraftausdauertraining, wenn es darum geht, Fett zu verbrennen, Freunde, braucht ihr das nicht. Denn da trainieren wir letztendlich die langsam zogenden roten Muskelfasern und die können nicht verdicken. Die können nur im Mitochondrienanzahl vermehren und können dadurch effizienter mehr Energie verbrauchen, auch mehr Fettenergie verbrauchen, weil die roten Muskelfasern rein über Fett arbeiten, über die erbe Energiegewinnung. Also da braucht ihr das nicht, bitte. Diese Angabe ist nur wichtig für die, die im Muskelaufbau stecken und dazu entweder HFT-Training trainieren, Pitforce trainieren, ein Zweiersplitt trainieren, ein Dreiersplitt trainieren, ein Fünf-mal-Fünf-Training machen, was gibt es noch, ein Pyramidensystem machen, ein Push-and-Pull-System machen. Die, genau für die ist dieser Parameter super wichtig. So, und jetzt sagst du, lieber Andreas, das ist schön, dass ich das jetzt weiß, aber weißt du was, das Thema Trainingsplanung möchte ich einem Profi überlassen. Es ist nicht meine Baustelle, denn ich habe in meinem Bereich genügend zu tun, sodass ich das gerne abgeben würde, um sicher zu sein, dass das, was ich tue, auch zum Erfolg führt. Kennst du da jemanden? Kannst du da jemanden empfehlen? Ja, kann ich. Dann kannst du jetzt unten mal in die Shownotes reinschauen und da findest du in den Bemerkungen meine Page und zwar andreas-trienbacher.com und da kannst du jetzt reingehen und kannst deinen unverbindlichen Erstberatungstermin eintragen und dann hast du in Kürze das Vergnügen und ich habe das Vergnügen, dich kennenzulernen, mit dir ein Gespräch zu führen, ein Strategiegespräch und nach einer Stunde Gespräch kannst du sagen, das ist genial, das würde ich jetzt gerne nutzen. Ich würde gerne deine Erfahrung von über 33 Jahre Personal Trainer, deine Erfahrung von über 25.000 erfolgreich gecoachten Coaches würde ich gerne in Anspruch nehmen, denn ich mag einfach nicht drüber nachdenken, wie es funktioniert. Ich möchte einfach nur gesagt bekommen, wie funktioniert es, was muss ich tun, wie muss ich trainieren, wann muss ich trainieren, wie oft muss ich trainieren, welche Übungen sollte ich machen, wie soll ich mich ernähren, wie schaffe ich es, in Stress zu werden, wie schaffe ich es besser, tiefer, länger zu schlafen, dann trag dich jetzt für deinen Termin ein und ich mache dir ein Angebot und freue mich. So, jetzt bist du dran. Der Ball liegt in deinem Spielfeld und ich freue mich, wenn ich in Kürze von dir höre. Bis dahin, macht's gut, bis bald. Andreas Trinbacher, dein Performance Coach.